hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar habe ich ja jetzt 50 abonnenten danke an euch und deswegen habe ich jetzt einen mod gemacht also ein 50 abonnenten mod den werde ich für 24 stunden hochladen und ja dann gucken wir uns jetzt mal um hier ist deutsches rotes kreuz hier schöne leds da oben auch hier steht katastrophenschutz aber noch falschung das muss ich noch gucken ob ich das andersherum hinkriege hier geräte wagen rettung denn nun hat eingabe und ich kann das eröffnen und da auch und hier das gleiche und hinten hat er auch lnds und ja der skin kommt von mir und wie gesagt 24 stunden werde ich den ort hochladen nach 24 stunden ist er dann also nicht mehr zum download da und danke nochmal an euch dass ich jetzt 50 abonnenten habt dass ihr mich so unterstützt und dann bis zum nächsten video